Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute darum, Bilder bzw. Dateien vom Smartphone zum Beispiel auf den PC oder externe Speichergeräte zu speichern. Bevor es losgeht, folgen Sie mir doch und geben Sie mir bitte einen Daumen hoch, Sie würden mir sehr damit helfen. Und los geht's! Man nehme ein handelsübliches Smartphone. Hier habe ich ein Android-Gerät. Hier ist das mitgelieferte Ladekabel. Das kann man auch als Datenübertragungskabel benutzen. Und das schließen wir dann ganz einfach normal an, also wenn wir das Gerät erstmal laden möchten. Und die andere Seite wird ganz normal entweder am PC oder halt am Laptop an irgendeinem USB-Anschluss angeschlossen. Dabei ist es völlig egal, welchen Anschluss Sie nehmen und wenn Sie beim nächsten Mal einen ganz anderen Anschluss nehmen. Hauptsache USB. Dieser Anschluss unterstützt keine Schnellladung, deswegen zeigt mein Gerät diese Meldung an. Die klicke ich aber mit OK einfach weg. Nun müssen Sie bestätigen, dass Ihr PC auf das Smartphone zugreifen darf. Die Meldung sieht manchmal, je nachdem was für ein Android-Gerät Sie haben, anders aus. Und in diesem Fall tippe ich auf Zulassen. Das müssen Sie dann natürlich auch tun. Dann öffne ich mir mal meinen Bilderordner. Und hier könnte ich meine Bilder hin kopieren. Sie sehen, hier habe ich mein Smartphone offen. Da muss ich im Grunde gar nichts mehr machen. Das minimiere ich gerade. Einmal unten in der Taskleiste auf dieses kleine Ordner-Symbol fahre. Dann klicken Sie das Mausrad an. Und schon öffnet sich ein neues Explorer-Fenster. Und jetzt mache ich nochmal einen zweiten auf. Ich habe hier zum Beispiel mit der Maus, mit dem Mausrad geklickt. Dann habe ich hier mehrere Fenster offen, wie Sie sehen. Hier schließe ich einfach mal welche, was ich nicht brauche. So, und dann haben Sie hier Fenster. Und die können Sie hier oben am besten nebeneinander ziehen. Diese Methode ist halt dafür gut geeignet, dass man sieht, was man hin und her schiebt. So, dann müsste ich, wenn ich jetzt hier auf dieser PC klicke, da müsste auch mein Smartphone sein. Dann hier, das ist S21 von Martin, so habe ich das genannt. Und da mache ich jetzt mal einen Doppelklick drauf. Leider hat das S21, was ich bei Samsung total mies finde, keine zusätzliche Möglichkeit, eine Speicherkarte reinzusetzen. Also Samsung nähert sich halt Apple an und mein nächstes Handy wird ein anderes. Da mache ich einen Doppelklick drauf. Sie haben, ich gehe nochmal zurück, sonst hier noch die Speicherkarte stehen. Falls das auf Ihrer SD-Karte, also eine Zusatzkarte, die Sie in Ihren Smartphone integriert haben, also hinter gekauft oder jemanden da reingepackt hat, dann steht dann halt SD-Karte oder externer Speicher. Ich klicke aber dann hier drauf, weil ich weiß, hier habe ich die Bilder gespeichert. Und alle Bilder und Videos, die ich selber gemacht habe, also nicht von WhatsApp oder sowas geschickt bekommen habe, die müssten grundsätzlich in einem Ordner sein, der DCIM heißt. Oft ist da auch noch ein Unterordner versteckt oder zwei, je nach Gerät. Einmal Doppelklick auf den Ordner. Und hier habe ich zum Beispiel noch eine Kamera. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich lasse mir die nur als Dateien hier anzeigen und nicht als kleine Vorschau-Bilder, weil das dann ein bisschen schneller geht. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, je nachdem, hier rechts habe ich ja, das ist mein PC mit dem Ordner Bilder. Und da mache ich mir jetzt einen neuen Ordner. Entweder klicken Sie irgendwo hier rechts mit der rechten Maustaste rein, Neu und Ordner. Das funktioniert immer. Allerdings nur, wo Sie eine freie Fläche haben. Hier wird es ein bisschen schwierig, so dazwischen. Oder aber, ich habe jetzt hier Windows 11. Aber bei Windows 10 haben Sie das auch. Da ist ein Symbol für ein neuer Ordner. Hier klicke ich dann auf Neu und Ordner. Und den benenne ich jetzt einfach mal Urlaub Niederlande 2022. So, dann habe ich jetzt hier einen Ordner. Und den öffne ich hier. Wie Sie das selber sortieren. Ob Sie nach Jahren, nach Monaten sortieren oder nach Orten, das Ihnen überlassen. Ich würde vielleicht immer auf jeden Fall das Jahr dazu schreiben. Vielleicht auch davor. Dann haben Sie erst mal nach Zahlen sortiert. Aber das müssen Sie halt selber wissen, wie Sie am besten klarkommen damit. So, dann habe ich die Möglichkeit, einzeln ein Bild hier rüber zu ziehen. Und rüberziehen kann ich hier, weil das zwei getrennte Geräte sind. Hier sehe ich ja das Smartphone. Also alles, was dann in diesem Ordner Kamera ist. Und hier sehe ich ja die Festplatte von meinem PC. Also zwei getrennte Geräte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein Bild hier anfasse mit der linken Maustaste, halte gedrückt, und ziehe rüber, dann ziehe ich auch nur ein Bild rüber. Es ist aber zusätzlich immer noch auf diesem externen, fremden Gerät. Also in diesem Fall auf meinem Smartphone. Wenn dieses Smartphone hier eine externe Festplatte oder auch eine andere Festplatte, eine zweite, die in meinem Rechner verbaut ist, oder ein Speicherstick, oder, oder, oder. Also alles, was Sie zusätzlich angeschlossen haben. Wenn Sie da ein Objekt anfassen oder mehrere mit der linken Maustaste und dann irgendwo hinziehen auf ein wieder anderes Gerät, also hier wieder auf meine Festplatte, dann kopieren Sie immer die Dateien. Wenn ich aber auf dem selben Gerät, auf derselben Festplatte, zum Beispiel mache ich jetzt mal, hier, das klicke ich an und schiebe das mal hier, weil das ist hier jetzt auf der gleichen Festplatte. Schiebe ich jetzt hier mal auf Dokumente und lasse los. Und gucken Sie, was passiert. Das verschwindet hier, weil Sie auf dem gleichen Gerät nur hin und her verschieben. So, Windows spinnt mal wieder ein bisschen rum. Mein Rechner muss ich mal eben wieder beziehungsweise meine beiden Ordner hier wieder öffnen, weil die alle weg waren. Also nochmal, fremdes Gerät, anfassen mit der linken Maustaste. Ja, das ist ein wunderschönes Bild von mir. Rüberziehen auf das, in diesem Fall, interne Gerät, in dem Ordner Urlaub NL, den ich ja auf meinem PC, in dem Ordner Bilder und dann der Unterordner Urlaub, Niederlande 2022. Jetzt lasse ich wieder los und habe das dahin kopiert. Also nochmal, wir haben einmal unser, ich sage mal Laptop, PC, dann das externe Gerät, hier halt unser Smartphone, aber auch mit anderen möglich. Wenn ich dann rüberziehe in diesen Ordner, kopiere ich die Datei. Es bleibt auf dem Smartphone, auf dem USB-Stick, externe Festplatte und so weiter und zusätzlich eine 1 zu 1 Originalkopie genau in dem Ordner oder an dem Ort, wo ich es hingezogen habe. Umgekehrt geht das natürlich auch. Ich kann zum Beispiel auch alle Bilder, die hier sind, Sie sehen, ich ziehe von oben nach unten, die könnte ich alle markieren. Und die schnellste Methode ist, wenn Sie auf dem PC die Steuerungstaste drücken und das A, dann fassen Sie hier mit der linken Maustaste eine davon an und Sie sehen, hier steht 588. Ich würde jetzt 588 Bilder hier rüber kopieren. Das mache ich jetzt nicht, das dauert zu lange. Deshalb lasse ich hier wieder los. Also wie gesagt, einmal reinklicken in den Ordner, irgendeine Datei anklicken, Steuerung A und dann kann man den ganzen Kram rüberziehen. Sie können aber auch nur teilweise welche aussuchen. Und zwar, wenn ich zum Beispiel vom, ich sage mal hier, die und sämtliche Bilder, die halt, jetzt mache ich das mal ein bisschen größer hier, denn geändert am hilft ja auch viel, weil Sie ja vielleicht genau wissen, ah, da war ich zum Beispiel in Amsterdam, die möchte ich nur markieren und dann rüber kopieren. Also kopieren und einfügen sozusagen. Dann markiere ich ganz normal, klick auf das Erste, halt fahr dann soweit runter. Wenn das zum Beispiel bis hier unten wäre, könnte ich bis hierhin markieren und das mache ich auch mal. Dann sage ich einfach mal bis 10.05. Das sind die Bilder aus Amsterdam. Und wie gesagt, von da oben, ich habe jetzt noch nirgendwo anders hingeklickt, bis dahin. Dann drücke ich einmal die Shift oder Großschreibtaste, je nachdem wie Sie die nennen. Klicke dann einmal die letzte Datei an, die ich mit kopieren möchte. Und Sie sehen, diese sind alle markiert. Also in meinem Fall grau hinterlegt. Je nachdem, was Sie für ein Farbschema haben. So, und jetzt brauche ich nur eine einzige Datei davon anfassen mit der linken Maustaste. Ziehe die hier rüber. Das sind 39. Und ich mache das mal kleiner. So. Aus Datenschutzgründen. Vielleicht möchte jemand nicht gesehen werden. Und Sie sehen, nur die werden rüberkopiert. Wenn Sie vielleicht nur einzelne haben wollen, dann klicken Sie einfach das erste Bild oder die erste Datei. Das können Sie mit allen Dateien machen. Ob es ein Lied ist, ein Video, ein Bilddatei, ein Wortdokument, Excel-Dokument und was, was ich nicht habe. Nein, das heißt, Excel-Arbeitsmappe, ich weiß. Also, erste anklicken. Dann, so weit hoch oder runter rollen. Aha, möchte ich auch haben. Steuerungstaste gedrückt halten. Und mit gedrückter Steuerungstaste einmal die linke Maustaste klicken. Dann fahre ich wieder runter. Und hier kann ich zum Beispiel auch, bevor ich markiere, damit Sie das sehen, wenn da ein Fehler passiert, muss ich immer erst wieder die Steuerungstaste drücken. Leider muss ich die zwischendurch loslassen. Wenn ich jetzt mit dem Mausrad hin und her rolle, sehen Sie, dann wird die Ansicht geändert. Also, nochmal. Erste anklicken. Dann, so weit hoch und runter rollen. Ah, das ist das nächste. Steuerungstaste drücken. Anklicken. Wieder dahin rollen, wo Sie meinen, das möchten Sie auch haben. Dann erst wieder die Steuerungstaste drücken. Anklicken. Und dann natürlich wieder loslassen. Habe ich gerade nicht gesagt. Und die nächste. Wenn ich jetzt vergesse, die Steuerungstaste zu drücken, dann gucken Sie, was passiert. Ich mache jetzt extra den Fehler. Ups. Die ganze Markierung ist weg. Also nochmal von vorne. Deswegen, langsam und in Ruhe machen. Und immer die richtige Reihenfolge. Suchen. Erste anklicken. Fertig. Nächste suchen. Steuerungstaste drücken. Anklicken. Steuerungstaste loslassen. Nächste. Steuerungstaste drücken. Linke Maustaste. Steuerungstaste loslassen. In manchen Ansichten haben Sie ja auch so ein kleines Feld, wo Sie dann einfach davor hinklicken müssen. Das finde ich aber manchmal ein bisschen sehr rickelig, wenn man genau treffen möchte. Sehen Sie? Jetzt habe ich schon wieder knapp daneben getroffen, habe das andere wieder demarkiert. Ist nicht besonders gut gelöst von Microsoft. Also gedrückt halten, Steuerungstaste. Und dementsprechend markieren. Und genau wie vorhin. Ich packe jetzt alles in diesen Ordner. Halt die linke Maustaste gedrückt. Zieh rüber. Und lass los. Und schon sind die Dateien auch hier gelandet. Und umgekehrt geht es natürlich genauso. Sie können natürlich vom PC aus auf Ihrem Smartphone die Bilder sichern. So, das sind jetzt die Bilder und Dateien, die Sie selber geschossen beziehungsweise gefilmt haben. Und was ist aber jetzt mit den WhatsApp-Bildern zum Beispiel? WhatsApp macht leider immer folgendes. Hat einen eigenen Ordner. Der Ordner befindet sich immer auf Ihrem Smartphone, nicht auf der Speicherkarte. Und in meinem Fall in dem Ordner Dual App. Und hier haben Sie WhatsApp. Und da sind unter anderem Media. Also es ist ein Ordner. Schön versteckt, ne? Und hier müssten irgendwo auch da WhatsApp-Videos sein. Das zeige ich mir jetzt auch mal hier im Standard an. Und Sie sehen, das sind Videos, die mir jemand geschickt hat. Und unter Send, da sind die, die ich geschickt habe. Unter Privat, keine Ahnung, was da noch ist. Aber hier muss man sich leider ein bisschen durchklicken. Und hier sind zum Beispiel WhatsApp-Images. Das sind die, die mir auch jemand geschickt hat. Und der Ordner wird extrem voll sein. Und im Grunde machen Sie immer wieder dasselbe. Ich gehe hier nochmal in den Bilderordner. Vielleicht mache ich mir einen neuen Ordner. Den nenne ich mal WhatsApp. Da ist er. Selbes Spiel. Ich nehme einfach mal die ersten Dateien. Erste anklicken. Und dann mit gedrückter Shift oder Großschreibtaste bis dahin, was ich kopieren möchte. Und ziehe das Ganze jetzt auf WhatsApp rüber. Manchmal steht ja auch, dass Sie auf das Gerät nicht zugreifen können. Das liegt dann daran, dass Sie Ihren Smartphone immer wieder einschalten müssen. Ist leider so. Da müssen Sie halt auch immer darauf achten, dass es an ist, wenn Sie kopieren. Wenn ich jetzt hier in den WhatsApp-Ordner gehe, sehen Sie, da sind die Bilder gelandet. Also Sie machen im Grunde immer dasselbe. Hier ist ja mein PC, mein Bilderordner. Sie können das natürlich auf jeden Ordner oder in jeden Ordner packen, den Sie wollen. Aber es gibt halt auf jedem Windows-Rechner einen Ordner, der heißt Bilder. Und dann ist das ja erstmal für jemanden, der sich überhaupt nicht so gut auskennt, das Beste, dass Sie alle Bilder in den Bilderordner packen. Vielleicht da auch einen neuen Ordner, wie Sie hier sehen. Urlaub Niederlande, WhatsApp oder vielleicht schon hier auch einen neuen Ordner erstellen und sagen, Sicherung, Handy oder Smartphone. Sollen Sie immer machen, auch vom PC aus, zum Beispiel Ihre Daten, irgendwo, die Ihnen wirklich, wirklich wichtig sind. Nochmal extern, auf dem Speicherstick oder auf einer externen Festplatte, die man auch einfach ganz normal wie das Smartphone hier anschließt, speichern und dann schön, trocken und nicht zu heiß und nicht zu kalt, irgendwo gut lagern. Falls Sie Fragen haben, gerne in den Kommentaren. Anregungen zu neuen Videos, auch gerne in den Kommentaren. Und, naja, wenn Sie mich abonnieren und mir einen Daumen hoch geben, freut mich das natürlich auch total. Das hilft mir sehr, hier auf YouTube zu wachsen und noch weitere Videos hier zu erstellen. Bis zum nächsten Mal.